Unsere Truppen wurden während der Sturm gesperrt. Wir müssen die Überzeugungen sammeln und finden einen selben Ort, um unsere Wände zu heilen. Ich war der Überzeugung, wir hatten noch ein paar mehr Truppen. Aber vielleicht ist das auch so, dass man einfach nur am Anfang ein paar wenige bekommt. Gehen wir erstmal ein bisschen looten. So, unsere momentanen Ziele finde die im Sturm verschollenen Krieger. Finde einen Unterschlupf für die erschöpften Krieger. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Aber ich glaube, hier geht es nicht so einfach... Nein, das ist ein bisschen zu steil. Finden wir einen Weg außen rum. So, jetzt darf uns aber echt niemand angreifen. Dafür sind wir momentan ein wenig zu verwundbar. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Okay, da scheint es aber zwischendurch zu gehen. Sehr gut. Das ist nicht... Oh, zwei Stück gleichzeitig. Ähm... Ja, brauchen wir. Vollreiden! Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Ist aber nicht so geil. Okay, da haben wir ein Haus. Ah, sehr schön. Feindliche Armee aufgetaucht. Was? Jetzt? Was? Wir sind literally gerade angekommen. Oh nein, das sieht echt gar nicht gut aus für uns gerade. Oh Gott, aber es war so knapp. Wir wollen, dass wir Kontrollen von diesen Landen regieren. Wir müssen, dass wir mit den Gästen gewinnen. Nur der Seer kann uns den Weg zeigen. Okay. Dann gehen wir mal Rad einholen, würde ich sagen. So, dann müssen wir aber auch mal ein bisschen gucken in unserem Dorf hier. Produktionsgebäude können wir auch hier jetzt machen, der Theorie. Oh, und sogar Boote. Interessant. Aber ich kümmere mich erstmal um ein paar andere Sachen. Zum Beispiel bräuchten wir hier vielleicht so eine kleine Fischerhütte. und eine Holzfällerhütte. So, und eigentlich würde ich mich am liebsten auch um so eine Hütte des Heilers kümmern, aber die können wir uns auch mal wieder nicht leisten. Wir müssen nach da. So, das hier geht wenigstens ganz gut voran. Japp, japp, das passt alles. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir das ein bisschen effizienter bekommen. Mir gefällt das nicht, dass die Häuser so unstrukturiert da rumstehen hier. Zum Duern, Skull. So, hoffen wir mal, dass das da im Dorf gut weitergeht. Wir haben aber scheinbar nicht alle der im Sturm verschollenen Krieger gefunden. Ich bin allerdings auch ein bisschen vorsichtig gewesen jetzt, ne? Aber halt absichtlich. Oh, das ist sowas von gar nicht gut. Ich weiß nicht mehr, ob wir das überleben. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, das ist ganz und gar nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Sag mir bitte, dass wir hier hochkommen und keine Gegend mehr auf uns warten. Dass wir, also, ne? Wir haben nichts mehr, also wirklich nichts mehr. Wir können uns nicht mehr, können wir auch sofort aufgeben. Wir können einige Waren gegen eine gute Geschichte eintauschen. Okay. Natürlich. Äh, die Feinde auf dem Weg dorthin, das, ähm... Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal das Dorf ein bisschen ausbauen. Und vielleicht auch noch die Verschollenen, äh... Unsere Verschollenen guterfinden. So, aber mir sieht's ganz so aus, als wären wir davon noch ein bisschen weiter weg. Also gönnen wir uns direkt erstmal hier ein Trainingsgelände. Gut, Brunnen können wir uns nicht leisten. Unsere Leute? Ja, okay. Ich mach's mal ein bisschen schneller, weil wir... Ne, gerade hier halt Holz brauchen. Und das geht halt einfach anders nicht. So. Wir brauchen die Sammlergilde. Okay, hier hinten hätten wir von beiden Ressourcen. Essen sieht aber wieder nicht so geil aus. Äh, vielleicht... Bauernhaus produziert Nahrung und heute wird im Winter nicht betrieben. Ist aber alles Stufe 2 und 3. Okay, wir könnten hier hinten vielleicht einmal so eine Jagdhütte gebrauchen. Habe ich gerade ein Haus gebaut? Nee. Gut Angst gehabt, dass ich Müll gemacht habe. Also, Brunnen ist immer noch out of reach für uns. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine Fischerhütte am liebsten. So, währenddessen können wir mal probieren, irgendwie dieses Haus noch anzuschließen. An, äh... Unsere Häuser da zu rüben. So, wir bräuchten vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Holz. Ich will mal mit euch erkunden und hoffe, dass nicht direkt um die Ecke irgendwas ist. Feuer, 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 Feuer. Wir haben keinen Brunnen. Das ist das einzige Gebäude, was Steinen produzieren kann, was einen Brunnen ermöglicht. Was soll ich tun? Ernsthaft? Spiel, willst du mich verarschen? Ich kann keinen, ich kann keinen Brunnen bauen. Ich verstehe ja, dass du gerne hättest, dass ich einen Brunnen baue. Aber ich kann keinen Brunnen bauen. Ich habe keinen Stein. Geht nicht. Wehe, doch, das Teil brennt jetzt auch gleich, ne? Ach, das sind Gegner? Das habe ich ja gar nicht gerallt. Dass die uns angreifen. Was für Arschlöcher. Wir haben nichts. Wir haben nichts und ihr greift uns an. Wir liegen doch schon am Boden. Da tritt man nicht noch drauf. Hat euch das nie jemand beigebracht? Er wehrt sich überhaupt schon gar nicht mehr. Well, did that work out. Hopp, Leute, ihr müsst euch auch wehren. Na, wir können nicht noch mehr Leute als Miliz verwenden. Wir haben nicht mehr viel mehr Leute. Warum sind die Milizleute so schwach? Ach, mit wie vielen Truppen sind die denn bitte hier? Aber das ist doch lächerlich. Können wir ja gleich aufgeben. Wie zur Hölle hätten wir in so kurzer Zeit... Ja, da kommen noch... Ja. Geben wir auf. Können wir irgendwo aufgeben? Ja, wir müssen hier neu starten. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir tun können. Wie hätten wir in so kurzer Zeit so stark sein sollen, dass wir uns hätten dagegen verteidigen können? Das ist doch komplett unrealistisch. Ja, okay, das wissen wir mittlerweile. Okay. Also, eine Idee wäre jetzt halt dann doch mehr zu erkunden am Anfang. Vielleicht finden wir ja wirklich alle der Truppen, aber so ich... Ich weiß halt auch nicht, ob wir mit doppelt so vielen Truppen, wie wir sie bisher hatten, wo seit ich weiterkomme. Achso, ihr seid freundlich. Huh. Okay, schauen wir uns ein bisschen um, sammeln, ein bisschen Loot. Die Sache, so euch hatten wir ja eben auch schon, ne? Okay, dann haben wir euch noch gefunden. Da hinten ging es nicht weiter, also... Ne? Ist nicht so, als hätten wir nicht gesucht. Suchen wir hier unten vielleicht mal an der Küste. Direkt nachdem wir euch hier fertig gemacht haben. Das ging ziemlich schnell und ziemlich gut. Das Problem ist halt, dass wir diese Heilerhütte nicht bauen können, weil wir halt nicht von der Stufe hoch genug sind. Und das sehe ich halt wirklich als krasses Problem an, weil, ne, die sind halt alle schon halbtot. Dafür kann ich ja auch nichts. Okay, aber wir haben sie tatsächlich alle gefunden noch. Dieses Mal. Sekunde, ich gucke mal, dass wir uns ein bisschen besser sammeln. Das lief dieses Mal deutlich besser, aber das war auch zu erwarten, natürlich. Ihr geht auf die Bogenschützen, ihr kümmert euch um den Rest. So, diesmal gucke ich, dass ich direkt anfange mit Zeug. Wir haben den Kampf, aber wenn wir die Begräufe haben, dann müssen wir die Begräufe mit den Gäuten bekommen. Nur der Begräufe kann uns den Weg zeigen. Ja, ich habe halt aber Angst, dass wenn ich den Rat da befolge und einfach dann direkt aufbreche, dass das halt auch nicht der richtige Weg sein kann. Literally Nulldorf wurde er gerade. Aber von mir aus, wir können uns gerne auf den Weg machen. Ich bezweifle nur, dass das der richtige Weg sein wird. Das bezweifle ich sehr stark. Es gibt halt aber auch keine Möglichkeit. Wir haben nichts, wodurch wir uns irgendwie healen oder so. Das haben wir leider alles nicht. Also irgendwo hier waren doch glaube ich auch noch mal Wölfe, ne? Können natürlich aber auch da uns noch mal ein bisschen umgucken von mir aus. Ja gut, zu viel unnötig erkunden will ich auch nicht. Wenn wir da nicht hin müssen. Sonst verschwenden wir nur die Zeit, die wir noch haben, bevor wir attackiert werden. Da seid ihr doch. Hallo? Geht ihr bitte mal mit? Könnt ihr trottet euch bitte nicht mit allem und jedem anlegen? Das wäre sehr lieb. So, wir brauchen Holz, haben wir gesagt. Wir brauchen Nahrung. Und wir brauchen zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr an Häusern. Aber scheinbar auch nicht so viel, wie wir letztes Mal hatten, weil das hat ja nicht funktioniert. so. Ja, wir kennen deine Weisheit schon. Sorry. Gut, wir müssen noch weiter nach da. So, können wir uns dieses Trainingsteil schon leisten? Sammlergilde, okay, die können wir schon mal bauen von mir aus. Dann können wir uns dieses Mal vielleicht auch irgendwas leisten. Wohl stimmt, eigentlich brauchen wir das. Ja, das war ja nur, weil die uns angegriffen haben. Nur deswegen hat das ja gebrannt. Und das Problem werden wir natürlich noch mal haben. Wenn wir das nicht richtig vorgebeugt bekommen. Ja, dafür brauchen wir halt auch noch nicht nur Stein, sondern halt auch Eisen. Beziehungsweise nicht Eisen, sondern Stahl ist es, ja. So, wie sieht es hier aus? Ganz okay, überall. Könnte mehr sein, könnte natürlich aber auch weniger sein. Insofern müssen wir uns erstmal mit zufrieden geben. Gut, mehr ist sowieso gerade nicht drin. Ihr kümmert euch da hinten um alles und ihr kommt mal mit. Diese Heilerhütte ist auch nur, naja, Stufe 2. Und davon sind wir leider noch 10 Steine und 20 Holz entfernt. Oder anders gesagt, verdammt weit. Okay. So, ihr müsst mal ein bisschen aufholen. Und ich weiß nicht, ob wir da oben lang müssen, ehrlich gesagt. Ich glaub's nicht. Aber wir müssen da unten lang. Diese Schlucht gibt mir irgendwie keine guten Vibes. Wir müssen aber auch eigentlich mehr nach da. Kommt wir von hier aus irgendwie da hin? Oder brauchen wir ein Boot? Ich glaub, wir brauchen ein Boot. Naja, hier um geht es nicht weiter. Gehen wir mal zurück und gucken, ob wir ein Boot gebaut bekommen. Aber ein Boot war doch teuer. 20 Holz. Haben wir aber tatsächlich sogar momentan. dann gönnen wir uns noch ein Trainingsgelände. Weil augenscheinlich brauchen wir das ja leider. So, dann holzen wir hier so ein bisschen ab. Gut, das läuft alles soweit. Wir bräuchten halt eigentlich ein bisschen mehr Nahrung. aber wir haben halt auch nur begrenzt Leute und so weiter. Ne? Alles nicht so optimal. Wie viel von euch passen denn da rein? Dann doch so viele. So, passt noch irgendjemand drauf? Ach nee, okay. Das seid wirklich nur ihr. Wenn sie mich auch verarschen, dass dann niemand draufpasst prinzipiell. Ja, das ist ja überhaupt nicht geil. Und wenn wir keine Ahnung haben, wo wir hinfahren. Und prinzipiell fast tot sind. Ja, sehr toll. Da können wir auch nicht anlegen. Und da sind Feinde. Ach, da sind die im Dorf. Ja. Ja. So, jetzt gibt es aber aufs Maul. Blöde Bastarde. Diesmal nicht mit mir. So, Leute, wir bräuchten ein paar Sachen. die wir uns nicht leisten können. Zumindest einen Brunnen können wir uns in der Theorie diesmal allerdings leisten. So, sorry, ich muss dir das da mal ein bisschen absprechen, Jagdhütte. Wir brauchen das Holz von dort, wenn möglich. Und scheinbar kommen wir doch irgendwie da über Land hin. Weiß halt nur nicht wie. Also da hoch irgendwie. Sekunde, wir bräuchten da mal irgendjemanden. Oh, oh, Moment, Moment, Moment. Ich würde vielleicht tatsächlich doch noch ein bisschen warten und schnell noch die Hütte des Heilers bauen. Wenn das nämlich geht, dann brauchen wir das dringend. Kann bitte irgendjemand das Feuer da löschen gehen? Löscht ihr das Feuer? Ah, sehr schön. Oh, nö, ernsthaft? Das ist ein echt unguter Zeitpunkt, Leute. Da müssen wir uns erstmal drum kümmern. Ja, ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. Meine Leute müssen zwar gehielt werden, aber so funktioniert das nicht. Ich habe nur so ein gutes Gefühl, dass die gleich wieder da sind. so schnell zurück und wir können leider uns gerade nicht leisten, weitere Truppen auszubilden. Was? Wo jetzt schon? Ihr seht, was ich meine. ich weiß halt nicht, ob ich jetzt einfach durchrennen soll, weil ich meine, können tun wir das, aber ich weiß halt nicht, ob es funktionieren würde. Wir wissen ja nicht mal, wo wir streng genommen so wirklich lang müssen. So, wie lange dauert das mit dem Healen bei euch? Gut, ich sehe leider nicht eine genaue Anzeige davon, wie viel Leben ihr tatsächlich habt. Weil ich vermute 120 ist euer Max Health. Aber das habt ihr garantiert gerade nicht. Tut sich da überhaupt was? Oh, schon wieder. Wo jetzt? Äh, da. Weißt du, das Scheißteil ist nicht mal repariert worden. Ihr geht mir auf den Sack. Weißt du was? Wir probieren es einfach mal mit dem Durchrushen. Es kann nur schief gehen, also so färben. So. Hier oben ging es glaube ich nicht lang. Fack, 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 fack. Nein, werde ich doch... Du Vollidiot. Ja, wir können uns keine Truppen leisten, die tatsächlich einen Schaden machen. Wir kosten alle Stahl und wir können gar keinen Stahl herstellen. Ja, das ist ja, ähm... Sehr gut. Und feindliche Truppen sind aufgedauert. Oh Gott. Ja, ich glaube, es ist ein Fehler, das zu tun, was ich tue. Ich darf, glaube ich, da nicht wirklich ein Dorf aufbauen. Ich muss einfach irgendwie durchlatschen. Die Sache ist, wir wissen, es ist hier hinten. Aber wir wissen halt nicht, wie wir da hinkommen. Wir sehen, dass hier irgendwo ein Gebirge ist, aber irgendwo muss da ja ein Weg sein, den wir uns durchbahnen können. Die Frage ist halt, wie kommen wir da überhaupt lang? Weil es sieht halt alles hier so unglaublich hoch aus und wir kommen ja schon über kleinere Sachen da nicht drüber. Das frage ich mich halt. Aber wenn ihr wollt, können wir uns das natürlich gerne im nächsten Part anschauen und nochmal probieren. Aber ich würde sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben unser Bestes probiert, aber kläglich zweimal versagt. Hat natürlich aber trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, die sind rigoros, diese blöden Arschlöcher hier. Die können uns einfach mal nicht fünf Sekunden leben lassen. Aber so sind sie nun mal, diese verdammten NPCs immer. So, das muss wie gesagt einmal gewesen sein. Wir haben noch unsere Niederlage erlangt. Bis zum nächsten Mal. Lasst noch gerne ein Like, damit es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Falls ihr Lust auf euren nächsten Part habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. UNTERTITELUNG